Ich bin noch nie in mein Leben gekommen. Mario, warst du in früheren Beziehungen immer treu oder hast du schon Mädchenherzen gebrochen? Oh, ich habe unglaublich viele Mädchenherzen gebrochen. Das ist so ein Arschloch, nicht mehr normal, ehrlich. Ach, das ist dein Ernst? Klar versuche ich Elias so ein bisschen auf meine Seite zu ziehen, aber ich würde ihn am liebsten natürlich rauskicken. Nur mit einem Partner an eurer Seite habt ihr die Chance, am Ende ins Finale einzuziehen und um bis zu 20.000 Euro zu spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020